Ich bin seit 40 Jahren Biobauer und weiss, dass es funktioniert ohne Pestizide und ohne Gift. Stimme am 13. Juni zweimal Ja für die beiden Umweltinitiativen. Damit unsere Lebensgrundlage nicht am kurzfristigen Profit geopfert wird. Damit wir weiterhin sauberes Trinkwasser haben. Den Gedanken möchte ich jetzt im Gesetz festhalten. Darum sage ich zweimal Ja.